Oh yeah. Sei es mit Frauen, wenn ihr beispielsweise ein Kerl seid und ein Mädel oder so kennenlernt, Mädels testen auch immer eure Grenzen. Die schauen, wie sie mit euch umgehen können, wie selbstbewusst ihr seid und so. Genauso wie das die Kerle machen. Das ist in der Natur der Menschen. Das ist in der Natur der Menschen, die Grenzen von jemand anderem zu testen, weil ihr kennt ja dieses Spiel mit Alpha-Männchen und alles mögliche. Einer will immer der Alpha sein. Er will der King sein und über allen anderen drüberstehen. Deswegen testet er immer die anderen, um zu sehen, wer im Rang höher steht. Wenn ihr mal ein bisschen auf das Verhalten mancher Leute achtet, dann werdet ihr merken, dass ich recht habe. Wie werdet ihr getestet? Das sind Shit-Tests. Das nennt man so Shit-Tests. Hört gut zu, Freunde. Das ist echt ein verdammt wichtiges Thema und das müsst ihr verstehen. Das sind Shit-Tests und die bekommt ihr jeden Tag an den Kopf geworfen und die meisten von euch werden darauf falsch reagieren und die Shit-Tests durchfallen. Ich sag, wer von euch kennt es, wenn ihr zum Beispiel in der Gruppe redet, ihr macht irgendeinen Witz und einer von den Kollegen oder einer von euren Jungs oder so sagt, ja, quatsch nicht so, du bist eh ein Lappen. Oder irgendwie so einen leicht bissigen Spruch. Wer von euch kennt es? Wem von euch ist es schon mal passiert, dass einer sowas in der Gruppe oder so zu euch gesagt hat? Ihr sagt irgendwas und einer macht so eine komische beiläufige Bemerkung, die euch eigentlich niedermacht, aber so auf lustig. Das ist ein Test, um eure Grenzen kennenzulernen. Er merkt, okay, ich habe ihn jetzt von der ganzen Gruppe Depp genannt, er hat nichts damit gesagt. Sein Wert in seinen Augen ist sein Rang oder so gestiegen, während euer Rang jetzt unten ist. Er denkt, er ist jetzt krasser als ihr. Und das ist ein Shit-Test, den ihr gleich blocken müsst. Wenn er sagt, ja, du bist doch eh ein Lappen, du kannst doch eh nichts machen, dann müsst ihr sagen, krasser als du bin ich aber auf jeden Fall. Ihr müsst was zurückbringen oder ihr müsst sagen, quatsch mich nicht so blöd an, da bin ich der Falsche dafür. Dann wird er sofort merken, ey, das war die Grenze, ich bin jetzt mit meinem Kopf gegen die Wand gerannt. Bei ihm läuft das nicht. Alle anderen, die außen rum stehen und das gesehen haben, werden dann auch sofort wissen, okay, bei dem Typen läuft sowas nicht. Das können wir bei ihm nicht machen. So, ich erkläre euch, was noch ein Shit-Test ist. Ein Kollege von mir bei der Türsteherarbeit hat auch mal versucht, so einen Shit-Test bei mir zu machen. Und das habe ich auch sofort geblockt. Es ist ein guter Kollege von mir, aber das ist etwas, das lasse ich nicht zu. Und zwar hier mir über die Glatze streicheln oder über den Kopf streicheln. So, dieses jemanden über den Kopf streicheln ist ein Zeichen von Erniedrigung, mehr oder weniger. Wem streichelt man über den Kopf? Wem streichelt man über den Kopf? Man streichelt Haustieren über den Kopf, ja. Man streichelt seinen kleinen Geschwistern oder sowas über den Kopf. Man streichelt seinen Kindern über den Kopf, ne. Also, in seinem Kopf hat er versucht, mich entweder wie einen kleinen Jungen zu behandeln oder wie einen Hund. Dass ich in seinen Augen halt so ein bisschen so ein, äh, auf, dass ich ein Hund bin, ne. Wenn ich jetzt in diesem Moment das zulasse, dass er mir über den Kopf streichelt, alle Leute, die außenrum zuschauen, haben sofort einen Gedanken im Kopf, ey, der Typ ist nicht selbstbewusst genug, sich zu verteidigen oder so. Das ist gleich, das senkt euren Wert. Und er wird denken, okay, ich steh über ihm, er lässt mich seinen Kopf streicheln wie so ein kleiner Hund. Ich hab seine Hand gepackt, richtig in die Hand gerissen, hab gesagt, fass mich nie wieder am Kopf an, Mann. Weißt du, wir sind Kollegen, ja, wir sind Kumpels, wir sind Arbeitskollegen, aber du bist noch, du bist niemand. Fass mich nie wieder am Kopf an, mach das auf gar keinen Fall jemals wieder, sonst haben wir richtig ein Problem miteinander. Er hat mich nie wieder am Kopf gepackt. Er hat gesagt, ey, sorry, war nicht meine Absicht, das wollte ich nicht und sowas. Versteht ihr? Mag sein. Mag sein, dass es vielleicht nicht seine Absicht war, dass er mich erniedrigen wollte oder so. Mag sein, dass er es vielleicht wirklich lustig gemeint hat. Ne? Mag sein, dass er es mir wirklich lustig gemeint hat. Aber mag auch sein, dass es ein scheiß Test war. Dass er testen wollte, wie mein Selbstbewusstsein ist. Und da müsst ihr einfach die Eier in die Hand nehmen und sagen, so, ey, so und nicht weiter. Start. Lischa los. Hay Tam.